Musik 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 Unsere Gesellschaft und unsere Branche stehen vor großen Fällen. Musik Der ökonomische, demografische und technologische Wandel führen zu einer kompletten Transformation des Versicherungssektors. Ich würde es nennen zu einer echten Revolution. Musik Wir haben über die Digitalisierung die Möglichkeit als Versicherer unser Geschäftsmodell komplett zu verändern. Weg vom reinen Kostenerstatter im Schadenfall hin zum Anbieter von Prävention. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes disruptiv. Musik Mit Hilfe der Digitalisierung haben wir vielmehr die Chance, unsere Rolle als Versicherer völlig neu zu definieren. Kurzum Versicherung neu zu erfinden. Wir als Generali haben Innovation in unserer DNA und wir wollen Innovationen weiter und stärker vorantreiben. Musik Und wenn es jetzt mal um Krankenversicherung zum Beispiel geht, ist einer der supersensiblen Bereiche oder Lebensversicherung in der Frage, wie bewerte ich ein Risiko? Und wie begleite ich sozusagen ein versichertes Risiko und im Extremfall natürlich einen Menschen dann in seinem weiteren Tun? Und was mache ich mit Daten, die ich dabei auswerte und wofür darf ich sie nutzen? Das ist natürlich eine super, auch emotionale und grundsätzliche Frage von Krankenversicherung. Und gerade bei diesem Thema Algorithmuskontrolle oder Forderung nach Transparenz von Algorithmen stelle ich mir tatsächlich auch unter so einer Verbraucherschutzsicht die Frage, welcher Verbraucher versteht denn sowas? Also nicht alles, was vielleicht technisch geht, ist gut. Das ist glaube ich auch keine Haltung. Ich würde dann sagen, vielleicht von mir aus Digital First, aber Bedenken muss man bedenken und die sind nicht immer Second. Wenn ich mir anschaue, welche Startups im Digital Health Bereich erfolgreich sind, dann sind das in der Regel die, die früh erkannt haben, an welchen Stellen muss ich eigentlich mit etablierten Unternehmen und natürlich auch dann mit der Regulierung kooperieren. Das heißt, wir müssen diese Kooperation, diese Kombination von Tradition, Solidität, Glaubwürdigkeit, Verlässigkeit kombinieren mit Leidenschaft, Ideen, Brainpower und neue Innovationen. Bis zum nächsten Mal.